die Fähigkeiten von er hat die Erde da die die kann man immer richtig geiler konnte man diesen komischen Golem beschwören Oha team ist Bogensehne Sauber so jetzt bleiben wir so jetzt jetzt lässt sich den genau Prozent so erst mal ne warte die Punkte verteidigt gleich der das neue A A A so den Golem und errichtet mich auch und so weit ich ihn kann was hier war noch ein paar Stufen aufsteigen bis zu 10 Uhr Gott A A das ist ja grausam na gut okay ähm ah team ist Bogensehne haben wir auch voll schließt sie deinen Sehne oh mein Gott ja das ist geil das werde ich jetzt machen pass auf Alter das wird das wird so mega geil Alter warte warte kurz ich kann grad nicht sehen weil ich meine Winteraufnahme okay jetzt mach Moment 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 erst mal mach ich das gleicher Stufe 3 ach komm mal da ich gleich drei Punkte drauf man ach so warte so machen wir erst noch mal Sachen erhöhen aber jetzt müsste ich sogar mal intelligent ne Mana direkt erhöhen ah wie viel erhöht denn das 20 na gut verschwende ich mal zwei Punkte auf Mana ausnahmsweise pass auf pass auf Fähigkeit auswählen mal sehen wie das aussieht wow wow was ist das denn was auch das ist richtig geil ja wenn das die Gegner in deiner Nähe werden verletzt ja kostet ein Mana pro Sekunde und ich hab und na ne ganz langsam so ja eins pro Sekunde halt ne scheiße geil okay äh wo gehen wir lang rechts nach oben links nach rechts erst mal ey ich würde sagen nach rechts geht's immer weiter oder nein na gut doch vielleicht gehen wir erst mal auf den Friedhof da hinten wir müssen wir müssen noch weiter kommen ich hoffe dich zu entschuldigen das ist ein asoziales Let's Play ach so okay ja du hast doch fluchen du Idiot boah du du böser Bube ah über Bitsibub hatten wir uns schon unterhalten guck sie dir an bam siehst du die Feuerexplosionen an ihnen ja ha ja ja die sind jetzt fast so gut wie ein Hund von mir einfach verrecken alter ja und jetzt reg ich da so voll rein und dann ey das sieht wirklich ein bisschen krass aus alter das ist mega geil alter ne ja das sieht auch nicht schlecht ab außer den starken Gegnern also für die schwachen reicht's noch um so ein bisschen was abzuziehen ja du kannst dich ja bestimmt noch verbessern gibt's bestimmt noch Upgrades ja bis Level 3 bis Level 10 oder so glaube ich ey meine Hunde haben übrigens 4 Upgrades ne die man machen kann zum Beispiel zerfleischender Angriff oder so oh nice Gott ich kann mich gleich dran erinnern dass diese Gebiete hier so groß waren ich auch nicht man weil man wenn man alleine durchrushet irgendwie schneller durchkommt ich weiß nicht warum ja dürfte aber eigentlich gar nicht so sein na die sind ja stärker die Gegner also sind ja stärker oh 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 hä wie meine Hunde einfach gleich mal auf den stärksten gehen oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit nooooooo nein nicht schon wieder du Noob oh Gott ich werd hier ganz hinten gespawnt egal jetzt kann ich das Gebiet nochmal hier angucken oh ist das geil äh so herrlich mies Alter das ist so mies und du verreckst mich einmal hier ist noch alles voll mit Gegnern man äh Stöhnenreifte Hilfe blau äh grünes Item oh na dafür gehören jetzt die Gegner hier hinten die du ausgelassen hast alle mir ja das ist mir doch Schnuppe du kommst jetzt sofort hier her man man diese Flammbaura ist noch verdammt schlecht hier oh hier geht's sowieso nicht mehr weiter ja ja warte erstmal bis ich meinen Highskill geskillt hab aber ich hab voll keinen Bock hier zu skillen denn Highskill brauchst du auch nicht so dringend eigentlich mach lieber irgendwas Gutes jetzt gehört endlich mal alle items gehören mir jawohl endlich mal ne endlich mal ja ja sag mal wo bist du denn da ganz unten ey ganz ganz unten das ist so bitter ich bin ja gleich wieder da du kannst ja wenn du nett bist noch nicht weiter gehen und mir ein paar Monster übrig lassen ja ja mach ich nicht keine Sorge ach so okay ja da danke danke ach man ey und dann verliere ich auch noch Erfahrung wenn ich verrecke du kriegst auf mich alles wieder glaub ich ne ne nur so ein ganz kleines bisschen es lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht das aufzuheben ach schildes Tapferkeit hab ich natürlich jetzt nicht aufgesammelt weil ich nicht weiter gekämpft hab sondern ist mir einfach nur grad so in den Kopf gekommen okay Moment warte mal jetzt muss ich ja so darum gleich bin ich wieder da du siehst es auch an meiner Lebensleiste dass ich nicht kämpfe was wir sind ja auch Gegner bin ich falsch gelaufen ja irgendwie ne doch nicht so halb da ha warte mal wo bist du ah da Mann der killt die ganze Zeit meine Hyundai 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 oh ein Honda da bist du da bist du Hallöchen so ich glaub ich trink mal einen Energietrank einfach so aus Trotz weil ich die hab komm nach oben hast du von denen ha ich hab 45 selbst die klaust du hier ja natürlich du sammelst die nie auf ja das stimmt das hat nichts mehr mit Diebstahl zu tun n auch nichts mit Thunfisch zu tun hast du das gesehen? Ja ich glaub hier gehts weiter oder? ich glaub hier gehts das ist einfach nur kurz ein Kreis 내� lass mal vorsides mal nach oben ja stimmt kann sein die sind auch zwischendurch noch verbunden der friedhof und das monsterlader ich hasse sowas in oh das sieht geil aus gerade Oh Gott. Ja, und meine Lebensenergie sieht nicht geil aus. Ich brauche unbedingt bessere Rüstung, ey. Das kann ja nicht sein. Ich bin dir der Tank und verreckern dauernd. Der lässt sich am meisten ab. Ist ja auch nochmal. Oder ich brauche irgendeinen Zauber zum Betäuben. Kannst du mir übrigens mal wieder ein paar Heiltränke übrig lassen. Ich habe nur noch 25. Wie schlecht du bist. Opfer. Okay, jetzt lass aber mal gleich nach links unten. Weil da ist nämlich auch noch irgendwie sowas. Bevor wir jetzt wieder am Arschfeld sind. Moderknochen. Achso, da ist ein Boss. Ich habe auch einen Moderknochen. Ich wusste... In meiner Hose. Was haben die auch für Namen, die Monster. Das geht gar nicht, ey. Du hast aber einen knackigen Moderknochen da. Moderknochen, Alter. Alter, ich finde die ganze Zeit nur diese Items, diese Relikte. Hä? Ich finde die ganze Zeit nur die Relikte, Mann. Achso, Achille ist... Tapferkeit und so einen Scheiß. Nice, ist doch nice. Okay, lass noch die Höhle machen und dann... Hä? Lass noch die Höhle hier machen und dann gehen wir nach unten. Ja. Müssen wir da nicht durch, durch die Höhle? Ich bin mir gerade ehrlich nicht mehr sicher. Keine Ahnung, steht bestimmt in unserer Hauptaufgabe drin. Du bist schon wieder fast am Verrecken. Ja, ja, ja. Das ist, weil die alle um mich rumstehen. Jetzt tanke ich wenigstens mal richtig hier. Ja, das stimmt. Das Problem ist, das sind diese hässlichen Magier, wo ich schon so üble Resistenzen habe. Ja, weil wirklich gegen alles außer Feuer habe ich eine Resistenz, ja. Oder was ist das? Warte, ich lese mir mal ganz kurz. Nee, Energie, Lebenskraft, Widerstand, die gibt es hier auch noch. Fuck. Na gut, okay. Was machst du? Hier steht nichts von der... Wo, dass man durch eine Höhle gehen muss, aber das ist... Rein, sie nach Athen. Wie heißt das? Teil, wo du reingegangen bist? Altes Grab, das ist der Telkin, oder? Nee, das ist der Telkin. Nee, 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 ein altes Grab ist einfach nur ein normales altes Grab. Achso, okay. Das, wo der Telkin war hier, ich weiß nicht, Labyrinth von Minos oder sowas? Genau. War diese hässlichen Schaub. Mit diesen Statuen, ey. Statuen? Ja, da sind diese Metallstatuen. Ah, die, 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 die Maschinenviecher da, ja, ich weiß schon. Und wenn du einen Schrein aufmachst, immer weglaufen, sofort. Ah, unnötig. Nein, die Dinger ziehen viel. Pff, dir vielleicht. Darf man nicht unterschätzen. Ah, ja. Okay. Wir müssen uns aufteilen. Wir machen das jetzt wie in so einem behinderten Film. Wir müssen uns, glaube ich, trennen. Scheiße, hier ist ein Killer drin, er will uns alle umbringen. Wir sollten uns trennen. Oh Gott, ey, das ist ehrlich immer so. Das ist immer so. Jedes Mal. Das ist schon wieder lustig. Man kann daraus ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn sie sich trennen. Jedes Mal, wenn sie einen dummen Spruch in einem Horrorfilm reißen, wo man sich am liebsten an den Kopf klatschen will. Wer sich als erstes an den Kopf klatscht, hat verloren. Das ist doch immer so, wenn irgendwer in so ein verlassenes Haus geht oder sowas, wahrscheinlich noch von einem Killer verfolgt wird oder sowas. Und dann so ruft so, hallo? Hallo? Ist da jemand? Das ist das Alter. Hier, zähl, zähl, ewiger, verstärkter Schild. Grünes Item. Was? Oh Gott, oh Gott. Es hat gerade geleckt bei mir. Wow. Was zur Hölle. Alter, was geht denn jetzt hier ab, hier? Schlimm. Moment, ich muss ja erst mal... Alter, liegt dein einfacher Gesundheitstrank. Verdammt. Ah, diesmal warst du zu langsam. Nein. Ah, du warst wieder zu langsam. Den wollte ich nicht haben, den Gesundheitstrank. Ja, und den hier auch nicht, ne? Nein, ich hab dich nur verarscht, weil ich das Gold hier hinten aufheben wollte. Das soll ich dir geben. Okay, jetzt kannst du mir das Schild mal geben. Ja, ich hab das nicht aufgesammelt. Was? Was? Wo ist das? Wenn es jetzt verschwunden ist, ne? Das ist da ganz oben. Wo oben? Achso. Ah, wieso lenkst du mich dann in diese Richtung? Weil ich hier hingehen wollte. Ein paar Gegner schnetzeln. Oh, hier oben. Wieso nimmst du das nicht mit, Mann? Weil ich keinen Platz mehr hab. Was, wenn es verschwindet oder so? Dann hättest du sowas noch ausgelacht. Das ist wahrscheinlich sowieso scheiße. Zehniger, versteckte Schild. Ich denk das selber. Ne, ich hab komischen Wildschweinschild hier. Äh, ja. Was ist das denn für ne Scheiße, Alter? Hier ist ein blaues Schild. Hat aber plus 8 Prozent. Was? War ein Scherz, war ein Scherz. Ah, fuck dich. Ich kann nicht mal einen Ring mehr tragen, Lukas. Ich muss leider was verkaufen gehen jetzt. Moment, du kannst mir noch ein bisschen Müll geben. Nein, ich geh verkaufen. Ah, shit. Nein, ich hab mein Portal direkt in die Truhe geparkt und kann jetzt nicht reingehen. Mach's nochmal. Alter, jetzt geh in das Scheiß... Verfiss dich schon. Diese Scheißhunde geht einfach sterben. Tja, ich geh in der Zeit mal durchs Portal, ne? Ja, ich auch. Wo gab's denn hier? Panas? Ja, ich bin in Panas gegangen. Ach ja, das war dieses komische, diese komische Saathür da, ne? Ja, genau. Das beste, beste Saathür, Mann. Beste Händler, Alter. Ja, verkauft alles. Oh, ja. Hi, Kumpel. Ja, komm, das verkaufen wir einfach alles. Ich guck mir erstens gar nichts mehr an. Ich guck mir auch fast gar nichts mehr an jetzt. So, inzwischen brauchst du mich einfach nicht mehr. Jetzt kann ich mir gleich nochmal Trinke kaufen. Ich hab jetzt einen Ring mit elf Kältewiderstand, elf Prozent Kältewiderstand verkauft. Das ist doch schlimm. Äh, was hab ich für Ränge? Nein, ist nicht schlimm. Ich glaub, ich brauch mir irgendwie bessere Halsketten oder so. Stimmt, Halsketten hab ich auch noch. Obwohl, ne, die ist eigentlich ziemlich geil. Das ist elf Prozent Kältewiderstand. Feuer Widerstand wär natürlich mal geil, so ein bisschen. Ah, sechs Intelligenz bringt's nicht. Warte mal, Element Widerstand? Was war Element Widerstand? Ist das gegen alles? Ja, gegen... Ne, Element ist aber kein Gift. Hä? Element ist kein Gift, glaub ich. Doch, doch, Element sind das nicht... Sind das nicht alle wieder... Ne, warte mal. Sind das die, die unter sekundär... Ne, sekundär... Ja, ein Ring plus 14 Prozent Kältewiderstand. Plus 15 Prozent Kältewiderstand. Es erhöht sich. Ich kauf mir die Heizkette hier für 37.000. Muss die Stufe 18 sein, aber das passt schon. 37.000. Warte mal, was soll das hier? Ach ja, diese Schrifträugen gab's ja auch noch. Aber für 15.000 und einmal benutzen oder sowas? Ja, die braucht man eigentlich nur für die...